ihr seid wieder unterschiedliche teams was ist das denn für eine map ich habe automatisch zugeweisen monsanteri heißt die oder monastery das ist eine der älter warum sehe ich denn die anderen leute unterschiedliche teams was ist das denn für eine map ich habe automatisch zugeweisen monsanteri heißt die oder monastro das ist einer der älter warum sehe ich denn die anderen leute sind wieder unterschiedliche teams was ist das denn für eine map was ist los bei der waffe mann immer diese kack war ja und wieder das ist ein brot wieder der impact mist der ist auch nicht sauber mann der steht nur am eck diesen modus habe ich noch gar nicht gespielt ja und wieder dieser wundern er ist doch nicht normal der typ der steht oben drin boom 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 ganz schön weg mit mir meinst du denn bis ich dich wieder treffe und dann weinst du wieder ganz laut die tic der typ spielt nicht schlecht für sein level das ist ein zweiter korn der schießt mich hier an die kann mich doch gar nicht sehen der klopft der klopft der klopft die inkblend ist nicht alle blöde der blöde ich bin ich bin dass es es die ich bin Ich bin frei, Freunde! Yes! Bähler, deswegen fucking Fargon! Man, du Wichser! Ich biste dich noch mal woanders hin! Hä? Ich müsste dich die ganze Zeit getroffen haben, Alter! Ich denke, hä, fällt da irgendwann mal um? Ich hab komplettes Magazin in dich reingehagelt, ne? Ne, du hast Schmerzenabwehr abgezogen Was hab ich?! Zehnabwehr, Schmerzenabwehr Lol Oh Gott, der spinnt dann wieder um die Ecke Im Dach ist wieder einer You fucking fuck off Ey! Go away! Go away! Mann! Mann! Ey! We are winning! We are winning! Die haben alle Autosniper! Das ist ein Slow! Wie ich nachladen musste! Wie ich einfach nachladen musste! Das ist einfach so kacke mal! Wie kann man? Wie sitzt Spawned jetzt da hinten! Fuck you! Ich bin hinter dem Spawned! Oh! Boah! Ganz shut, Alter! Ich denk mir so wer Block nicht da eigentlich Also demlich! Hm! Dann steht da ganz shut neben mir, Alter! Was willst du hä? Was willst du hä? Ich musste mich grad mal kurz sammeln Fuck you! Fuck you! Nee! Ach! Ach! Du misch da! Ach! Nee! Yeah! Ja! 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 Die Knalle ist so scheiße! Da! Nein! Fuck you! I have 17 Ex! Meine Fresse! Greg, du dreckiges Stück Scheiße! Ich ich weiß, was ich jetzt die dreckigste Waffe Abgedeckt! Fuck you! Ein He.. Ein Health Point nur ein! Fucking scheiße Health Point, ey! Ah, das war's. Oh, was? Geh weg, go away, man! Geh weg, man! Nein! Die klauen mir den Knife-Kill, ey. Was ist los mit dem? Meine Fresse, ey. Er steht hier oben rum. Er kommt jetzt über den Spawn. Schon wieder geklaut. Yes! Ja, das musst du. Wär ich schon lang fertig, wenn ich nicht so zum Mace hätte. Ha! Der hat auch verschissen, der Hut. Go away! Nimm ich mir halt den Pot. Ich bin dritter. Oh man, ey. Und wie viele EPs hast du bekommen? Ganz schön. Äh, 40 plus 120. 160 hab ich gekriegt. Er hat nicht viel bekommen, für das, was er ständig drauf gegangen ist. Aha! Ich hab nur 49 bekommen. Ich hab 100. So Leute, man sieht dich. Na dann. Go away! Äh, jetzt spiel mal die Scheiße Map. Wer hat denn für die gestimmt jetzt? Alle? Ich nicht. Doch. Die ist richtig minder. Ja. Wie sieh ich denn aus? Ich bin schwarz. Und. Und. Alter. Leggist. No no no. Ey, das gibt's doch nicht. Was? Wir haben so viele Kills auf diesen Mech. Ja. Und zwei mit Lustrat. Auf deine Chance. WTF? Gunshot, Junge. WTF? WTF? Ich weiß nicht, was ist was. WTF? Alter. Leggist. WTF? Nö, nö, nö. 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 Nö, nö. Nö, nö. Nö, nö. Ey, das gibt's nicht, alter. Ich drück den Such wieder rein, aber ich geh nicht down. Ja, das ist genau das gleiche wie bei Black Ops. Nö, nö, nö. Was? Fuck you! No! Alter! Bucht sich, ey. Und tot. Nja, der liegt mit der Arme. Fuck you! Legacy. No, hoho. Nö. Alter, Legacy. Fuck. Oh, Nachland. Nicht der Ernst. Hättet ihr den nicht früher umbringen können? Ey, nicht schon wieder. Dieser Impact hat mich schon zweimal mit dem Tamar Cross Sets geholt. Ja, klar, Alter. Noch mal. Keine Chance, du. Ich hab am Anfang schon Spotlight Goldbealer von dem Sinn. Die sind ja auch nicht sauber, die Leute. Ein G-Knife, Junge! Weiß ich nicht. Alter Legacy, du bist so ein Kackboss, ey, Junge. Das ist der Franzose, ne? No, 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 you suck. Shut the fuck up. No! No! Haha, Legacy. Ja, ich hatte eh nur 6 HP, aber ich hab ihn gut runtergezogen. Och, Mann. Fuck, hat mein Blutrausch beendet, der Wichser. Was ist das, Junge? Was ist denn? Wie sie überall drin hocken, die kleinen Camper. Alter, überall sitzen wie man hinter mir immer. Oh, ehrlich. Ja, Junge. Ich könnte jetzt was sagen, ne? Der hat doch einen! Der auch! Ja! Ja! Mann, Junge, ja! Legacy, du bist so ein fucking Idiot. Scheiße! Oh, Legacy! Nein! Ich hasse die P2000, die ist einfach so ne Dreckswaffe, ne? Besser als die scheiß Glock. Uh, Legacy! Fuck you! Fuck you! Camper Ass! Ja, ich hasse die Waffe halt echt, das ist ein Bullshit mit der... Mit der kann man nichts machen. Ja! Ganjat, was los, Junge? Was denn? Ich war kurz zwischendurch auf dem Desktop. Ich musste wieder Bescheid sagen, dass der Stream wieder läuft, ne? Kurz einen Facebook-Link gemacht. Hm. Hm. Immerhin kommen jetzt mal Maps, die ich noch nicht kenn. Abwechslung. Ja, die Maps musst du auch nicht kennen. Warum? Also wenn du dann Matchmaking spielst, ergibst die nämlich nicht. Achso. Das sind nur Wettkampf-Map, äh, Wettrüsten. In Gun, äh, in Dings hier. Der Störung sind's wieder andere Maps. Ich wollte grad einen Knifen, Mann. Hm, Mannu. Der Gessi, du wirst jetzt von mir G-Knifen für jede Runde. G-Knifen, Ultima! Hm, okay. Ich kann ja wieder ordentlich Knifen, dann könnt ihr sie killen und ich... ...und level die Runde. ...und level die Runde. So ungefähr. F*** dich. F*** dich. Hehehe. F*** you! Ha, fast hätte ich gar nie gewischt. Alter! Hey, Legacy is cheating! Wieso bin ich cheating? Alter! Ich werde gespawnt und bin instant down, Alter. Ich werde eins wegdauern. 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 Man, kriegt er die mal im Spawn weg? Ist ja schlimm. F*** you! Ich leck mich, Junge im Fall noch nicht. 51 in 1. Ich war ja krass. Geh weg. Jaaa. Aber nur, wenn die Unterstützung dabei ist, ne? Leck mich einfach für den Camper ab. Wieso Camper? Ich bin gerade gespawnt. Alter! Also, so richtig überzeugen tut mich die Acker nicht. Boah, der Gion. Was war'n das? Wie hat'n der Bot mich grad gekillt? Das ist ja auch... Boah, Alter, hört auf am Spawn um zu campen. Die können gar nichts mehr abgeben. Ich hole halt alle weg, Alter. Ja. Ich kann noch deine Laufwege. Ich will hier nicht mal einer durchlaufen. Gack! Ach, das war Legacy. Ich kann dich nicht abknallen. Ich bin gerade an deinem Team. Na, verpasch was. Fuck you! Ich hole immer zwei weg und dann kommt innen so'n Achtung. Der Bot, dann holt mich. Huuui! Fuck you! Lol. Ich fühl dich mal wieder richtig aus. Was ist denn heute für eine Schelle kassiert, Alter? Ich glaub, du, das Fenster... Ja, Alter. Hol's mal die Camperfotzen da runter. Dieser Alka ist mir nicht koscher, Alter. Boah, Alter. Da müssen alle am Eck stehen, Alter. Das ist so low. Hier schon wieder im gleichen Eck. Das ist echt witzig, Alter. Ja, aber wenn du's weißt, ist es ja noch blöder, wenn du reinläufst. Ja, aber... Ja, wenn ich woanders hingehen will, muss ich da vorbei. Hm. Ey, das ist jetzt echt ein Quitz, Alter. Ja, hohohohoho. Ich geb ihm leute Job da rein. Ja, wir sind schon mal im guten Team, Hattens. Was? Ne, kein Schatz marschiert hier, Duk. Alle, weg. Was? Cheater. Ja, bloß weil da wieder einer mit rumsteht, ey. Ich starte hier ein schönes One-on-One und dann passiert sowas. Ja, Mann, was krieg ich denn für heilige Schwellen, Alter? Ja, Schwellen, Mann. Ey, steht da mit der Autosnapper und kriegt von der Schatke an. Okay, kommt der Maschid auch durch unseren Spahn. Schmecken die Schiffen? Nö. Ja, nein. Töten auch nur gekürt. Töten auch nur gekürt. Fuck you! Achtung, der Kaiser-Camp an der Treppe. Jetzt kriegt dieses Sprayer-Knarre überhaupt, ne? Nein! 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 Fuck you, Alter! Scheiß-Campfer, Junge! Ja! Das ist normal. Ja, Junge! Das ist normal. Das muss man bei euch machen. Jetzt kriegt man nichts ab. Ja! Hauptsache, ihr gebt mir einen Run-Click mit du, bei Rappers. Fuck you! So ne Frotze, Alter. Hm, 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 hm. Eeeeziii. Eeeeziii. Ah jaa. Oh Gregpipe, you are the knife-kill. Shut up, you fucking idiot! Oh man! Don't be mad! Look at your skull! oh gunshot alter dann kommt er erstmal mit shotgun durch dann spawn ich gerade dann kommt auf einmal ein negif gunshot dann spawn ich hinten in dem häuschen drin krieg auf einmal ein wallbang ah wippel dreimal hintereinander vom gleichen typ am gleichen spawn weggenutzt f**k 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 also weiss was zu tun f**k 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 meine munny ist leergegangen f**k 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 Alter, ist dein Ernst, oder? Go away, man! Schwarz ist mega gut. Jaaaa, wieder ein Hatscher. Gott, wie sah das denn aus, man? Ja, er geht halt nicht drauf. Fuck, du Alter, was geht denn ab, man? Die Mc10 ist genauso kacke wie die... Jaaaa, wie die drücken, Alter! Jaaaa, go away, man! Nein! Hallo! Heyo! 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 Fick nach Tobias! Jaaaa, go away, man! Hä? Ja, Alter! Boah! Fick die Hände, Joh! Nein, nein! So Tobi, heute wird Black Ops gespielt, ne? Fuck you! Mh, hm, 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 hm. Meine Config zurückgeben. Wie Config? Donald Config. Fuck, mein Geht hier, ich kann auch nicht glauben. Mann, ey, das sieht ja immer zu zweit durchrushen. Ich brauche mal an. Das ist ja in einer Reihe stehen, damit ich euch niederstehen kann. Jaaa, Mann! Ich krieg meine alte Config nicht mehr, weil mein USB ist ja kaputt ist. Fuck you! Du, ähm, der nehm, die mit mir an. Ich bin ein Arschloch. Ja, nimm noch die Standard Config, die reicht doch aus. Ich spüre auch noch mit der Standard. Ah, wechselt der jetzt die Waffe? Dann klaut die Mühle, ne? Dann hast du die Standard Config oder ne, noch eine andere? Jaaa, Mann! Ich mach den, der ist hochkonzentriert. der geht nicht drauf die facken will ich jetzt geh weg Junge der kleine Bastard durch mich halt jedes mal wieder im Sprungwechweller reinlacken fuck you war ich wieder da nein 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 ey wenn man da kann ich nicht an dem Bus von der Seite langlaufen abgesegte, die wollte ich immer mal wieder haben wild scheiß knapp no, kommt doch zu fünft die kleinen Penisse oh nein er hat Penis gesagt ja komm schon alter holt die Typen nicht aus dem Spawn raus die machen bei uns die ganze Zeit Spawn Trip ja ist klar alter der kleine Motherfucker ja ja hehehehehe du gehst du links oder rechts lang äh links ok ich links oh ich bin tot oh alter steht einer mit der AWP bestimmt ne ne doch nicht ne fuck you ach man boah ihr habt es geschafft, schützt es alle der Typ der Typ kassiert bei mir 99 in 3 mit der Riegel und geht dann von der Riegel und geht dann von der Riegel aus oh ich hab bloß schnell das Maschinengewehr hier loswerden ach Sir on top so muss das sein ne fuck you was hört ihr denn? scheiße scheiße naja das ist nicht klar das ist nicht klar das ist nicht klar Junge ich hasse dieses Spray-Klarer mal in der Zeit ist es le 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 wie schön diese nacheinander dürfen Spawn-Maschinen ohne Witz ja alter wie die drücken das ist abartig ich weiß nicht nur noch ein Head man ok sieh 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 was ich bin nicht markiert da geworden also schau gleich ab und wieder oh ich bin tot ich hatte dich vorhin auch schon gemisieren wenn du dauernd recht war ich hab mich aber nicht getroffen hm fuck hätte ich den nicht neil zu wissen so sag die Uhr 20 Uhr genau acht ach das ist ne Lüge das ist noch nicht mehr es ist sieben was 190950 warum möchtest du Tatort gucken oder was Tatort genau nichts anderes hatte ich vor mir die Sesamstraße ist ja lang vorbei jonge scheiße hab ich das wieder verpasst man aber zum Glück kenn ich das Lied auswendig mh naja muss ich das ja auch ne wenn man was verpasst muss man sich das selbst sehen nachts im Bett hallo nein mie 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 und los geht's hm hm alter du hast den Mist weggehauen fuck aaah legge sie alter sporn 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 ah toll ich bin nur ein bot er wusste wo ich war er wusste es einfach nicht 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 schade schade fuck you legacy motherfucker user joined your channel mhm mhm hat er voll nein ich hab heute noch nichts getrunken fuck you ich auch nicht hm sporn l j mhm fern j j mhm ne wenn dann trinke ich lieber ein Bierchen und ich hab so viele energy drinks man das aber you play hey you fuck it aber warum er die sind nur so teuer ja oh yeah ich krieg den headshot aber die schmecken wohl aber die schmecken wohl ich wollte den vorderen eigentlich hab ich nicht ach legacy erle ich hab erle getötet und mein darunter ich hab vorne na nein ach legacy is cheating yes i am auf jeden fall und gunshot ist noob ja nichts anderes habe ich mir hier vorgenommen ja alter dieser wieder am spawn keine angst das war ich wo warst du wo warst du gegenüber auf einem fenster ich hab auch bloß einen spalt von dir gesehen noo kopfschund sohn alter der steht jede runde im traur und holt mich nach rechts meckerlich drei runden hintereinander der bot sackt da auf dem dach rum ja der bot holt mich gleich holt mich einer von hinten ja aber der hat schon wieder der kleine mann hm wer geht ich hasse dich runde ohne witz dich zu brechen hör auf in den häusern rum zu hängen gehen die mal down alter na komm jaa leggis du kleiner maufucker scheiße ich musste jetzt weil ich hab nur 5 hp bei den ey was denn hier mensch nicht mal in ruhe spawnen kann man was denn warte hirn 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 scheiße man schockt ich hab dich nicht ganz verstanden dieser dreckige kleine maufucker hirn 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 abhürken hirn aber enthältlich Dankeschön hirn 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 s hirn 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 wie ich immer versuchen seitlich zu werden werde ich visiere Nein! Hörje, ich wollte dich nifen, Mann. Scheiße, der weiß nicht hier unten drin. Da oben wirst du schon wieder vorbeigehen. Oh! Nein! Scheiße, in den Fuß! Legacy, go away, pecky. Nein. Ich hasse dich, ne? Ich hasse dich. Abgrundtief. Nooo! Motherfucker. Was für ein Kameramissgeburt. Legacy, Junge. Was machen die denn da? Legacy! Jaaa! Fucking Spawn Tripper. Legacy, Junge. I'm out of this house, Junge. I'm out. I'm out. So... Fuck you, Mann. Mensch, stell dich doch nicht vor mich, Alter. Ja, ehrlich. Oh, look at you. Fuck you. He, er will mich lieben. Oh, fuck, Mann. Oh, scheiße. Wo denn? Ach, da hinten in der Ecke war auch noch einer. Legacy! Oh, what? Du Stuhl, Beretta, Schul. Legacy, verpiss dich da. No, 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 no. Fuck you! So, kurz mein Hund hier raus. Geil, geht weiter. Greg, halb kriegt erstmal Headshot across the map mit Negev. Auf dem anderen Dach. Du bist kleiner Pfostenwixer, Alter. Dann wusste ich genau, wo ich bin. Ja, ich hab dich auf rotem Reimel gesehen. Ja, wie hast du das Arbe-Battle verloren? Ja, aber ich hab nicht gesehen, dass du auf dem Dach bist. Schon gesehen, aber viel zu spät. Cause you suck and you are all the time camping. Ey, Leute, die Missgeburtrette mit dem Messer ist da ja richtig unfair. Ich hab so ne Drecks-Arbe. Oh, scheiße. Falsch. Okay. Okay. Come on, we do this. Habt ihr einen Platz frei? Ja, hier ist ein Platz frei. Ja, hier ist ein Platz frei. Ja, kann ich nicht. Oh ne, hier ist, ne. Oh ne, hier ist voll. Legacy! Ja, 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 ja. Das verpasst ihr, kack Noobs. Fuck. Okay. Kann schon der Noob, Alter. Was willst du denn eigentlich? Du wünschst ja, ich wär so gut wie ich, Junge. Ja, ja, ja. Pass auf, guck dir deine Spielzeit an, guck dir meine Spielzeit an. Und was ich trotzdem schaffe in der Zeit, also. Ich hab vier Stunden, also war höchste Junge. Was macht denn der da auf sein Drück? Das ist jetzt auch wieder Waffen-Dings, ne? Ja. Wie sind die? Gungarmel. Legacy? Fuck you! Achtzig und fünf, Alter. Ich bin nur kurz über die Mauer gestiegen. Legacy! Frag-Type, wait for up. Legacy! Alter, du bist nicht drauf, Mann. Schlupst, Alter. Dein Model ist viel zu fett für die Kugeln, ohne Witz. Legacy! Gluckt, wo ist man denn? Man, ey. Man, ey. Are you fucking... Alter, und da kommen sie von drei Seiten angelaufen. Ich geh da nie wieder hin. You pranked. Legacy! Naja, shut up, you fat kid. Ich mach sie immer low, und der besser holt alles. Legacy! Na, du kriegst mich eh nicht. Du bist auf der anderen Seite vom Haus. Komm ich halt mit dir. Ja, er knallt mich dann mit einem Schuss ab. Ist voll klar. Legacy, bevorstehend. Ja, you suck, man. Shut the fuck up, idiot. Fuck. Och, Mann, Alter. Ich geb ihm 92, ey. Wallbang. Hagelder, wenn ich hier bin. Wie geht's denn? Tom, willst du gleich hin? Legacy! uldigung, wenn da rein macht die Tür zu, Die Map macht sich für den Spielmodus irgendwie ein bisschen schlecht, finde ich. Bisschen. Ach, Mann, fuck. Nice. Was sagst du an da und Legacy, Mann? Psycho, Mann. Ach, fuck you. Was ist das für ein Low, Mann? Ja, kommt der nächste Idiot im Hall. Ja, fuck you, ich bin gerade gespawnt, Mann. Ach, Mann. Der und euer scheiß Power Ranger kämpft nur im Endeffekt. Ja, ich weiß, der hockt ja auch da drin. Ja, da kommt er wieder. Hohoho. Na, jetzt kämpft er da hinten nicht mehr ab. Lol, das hat doch eigentlich gesessen, mindestens. Hm. Wieder er von hinten. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Die Mauer, du Fergie. Ja, das ist vor dir. Das war hinter mir. Du bist auf mich zugerannt. Du bist auf mich zugerannt. Ja, ist klar, Mann. Der ist ständig auf dem Head, Alter. Red Power Ranger, Alter. Ehrlich? Oh, der steht bei uns im Spawn, Alter. Ja. Ich musste hier den Spanner ein bisschen frei halten. Ja, komm, Alter. Jetzt steht diese Arme im Haus. Was ist das für ein abgefuckter Bastard, Alter? So schlug. Legacy. No, 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 no. Ich stand diesmal nicht im Haus, ja? Äh, in eurem Spawn. Hm. Das hast du dir eingebildet. Jo. Ey. Maaan. Ja, Mann, ey. Ich bin... Alte, ich bin großartig. Hilf dich, Johan. Facki. Ich hab wieder die scheiß P2000 in der Hand. Gitte. PNK! Gitte. Komm, klar. Yes! Was? Was glammelst du eigentlich immer hier hinten rum? Ja, ich lauf immer so ein Drüber, weil ich freundlich sein will. Do you will? Ha! Klare! Ja, ich könnte nicht sein Ja, sch**se F**k, ein Klick hat gefehlt, joh Snowhander, Junge Was soll das denn? Ja, und der Erle hofft da oben im Scheißhaus drinne und camp So wie eure Scheißmates Tricks Power Ranger Wichser Guckst du einmal in eine andere Richtung, Mann Warst du nicht grad tot? Ja, f**k you, Alter Ja Der ist duckt auf der Leiter rum, Alter, der Typ Und er neigt ihn Ach, das war der Bad Adam Ja, Gunshot, ne? Mhm Was willst denn du? Dann schon, du bist denn du, Alter Du hast ja den Power Ranger an Du hast 6 22 Äh, 10 zu 17 Ey, könnt ihr rausgehen? Ist einer frei Ja, ich kann aber trotzdem nicht join Wirst du mich einladen? Hab ich Nicht Die sind alle Smurfers, die wir grad spielen Ich kann immer noch nicht beitreten Wollen wir jetzt rausgehen oder was? Ne, warte Boah, Gott ey, ich treffe überhaupt nix mehr Wir entscheiden jetzt erst auf die Map drauf Keil Klar, klar Trish, du hast Weniger No Scope, Smack Big Scope Was denn jetzt? Jetzt bin ich Zuschauer Team Billen drücken F**k you Ah, geht doch Ja, Gunshot, welches du mehr willst? Gunshot, welches du mehr willst? Gunshot, welchen Gegner wie ihm? Oh Das ist schlecht Ja, blau Yo, Master, Alter Was geht bei ihm? Das stimmt doch hier nix Und wieder vorbei Was? Du kommst jetzt nicht mit rauf oder was? Nein, das ist nicht Ja, lass doch rausgehen eben Okay, ich bin raus Hä, wieso bist du raus? Ja, dann Tobi einladen können Ist jetzt gedrückt, Team So So Ja, ich muss kurz CSGO neu starten Ich hab Black Screen Tuch Wo? Weil ich aus der Lobby raus Und jetzt eben reingestellt Bei dir ist ganz normal Gunny, oder? Was denn? Jo Weil manchmal sieht man nur das Kästchen hier Und außenrum alles schwarz Ja Fuck you Ich hab grad noch eins bei ihm Ich bin weg Was denn? Na denn Du bleibst hier, Junge Nee Ich schaff nix mehr Ich brauch ne Pause Aber ich komm wahrscheinlich in ner halben Stunde nochmal wieder Ja, ja, klar, Kai Das hast du schon gesagt und dann kampf ich nicht mehr Wirklich? Hä? Wirklich? Hä? War ich gestern überhaupt online? Hast du mich jetzt einfeilert? Hab ich so einen Hä? Doch, doch Bei mir krieg ich grad ne Einladung von dir Also, bis gleich Jo, okay Okay User disconnected from your channel Okay Hm, okay Hm, ehm Close Safe house, jetzt geht's ja wieder schnell los Ich hab jetzt grad ne Kippe an Alter Die raucht sich jetzt wieder von selbst Die da hast du mit einer Freude Bleib bei dem Spawn stehen, oder so Hallo Jetzt von Adi Hat die Runde jetzt schon angefangen? Oh, das ist ne Aufwärm-Parsen Ne, das ist ange... Aufwärm-Parsen Ne Ne Wow Das geht direkt los Ja, da hat er mit Geld schon angefangen Juncker Surprised, motherfucker Da kommt einer am SUV lang Hello Rack Oh, Jun Oh, Jun Null Null Null, was? Ich krieg erst mal drei Klicks und bin instant weg Sei froh Ich steh froh, es wäre nur einer gewesen Ey Gunshot, Joel Ja Im Akkord, drei Leute Gunshot Gunshot Ah, fuck Das hat er sich anders gedacht jetzt Das hat er sich echt anders gedacht 50 und 50, Alter Failort, das war nicht nett, ne? Jaaaa Jaaaa No No Weil dich wieder Roboter Ach Ach Nein Nein Minus 87 Boah, Alter, kann jemand nicht so verziehen? Danke Oh, Mann Ey, komm schon, Alter Nein 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 Doch, doch Nein Doch Wer sagt denn hier Was, was quatscht ihr denn da? Ihr lagen, lenkt voll ab, Mann Natürlich Nein Doch Doch Nein Schatt der fuck ab, nein Doch Nein Doch Seid doch weh, dann, Alter Nein, nicht, nicht, nicht schon wieder Ich kann die Knarre nicht ab, Alter Ich kann sie nicht leiden Mann Nein Wenn ich gerade am Desktop bin Heck für dich Nein Mann, 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 Mann Pfff Ha, ha Immer selbe Ha, ha Ha, ha Oh, herrlich Hey, von hinten Ha, ha Ha, ha Pass doch besser auf Der Typ amüsiert mich Der find ich gut Nein Ist er dumm Ich kann schon den Portion Wart 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 Ey, Fötus Guck mal lieber auf den PS, ey Fötus Fick dich Nein Komm jetzt Nein Was ist denn los? Warum so negativ? Wer ist das? Oh, fucking shit Du Kackloob Shut the fuck up Weeh HEN He Alter Alter Was geht mir nämlich bei Ihnen dagegen mache Cheeze auf mein Ok, ich versuch malen Bang 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 Ihr lenkt so ab, ne? Ich kann mich nicht konzentrieren, Alter. Du bist so eifer, du bist geburt, Joder. Es ist echt zum kurzen Mal. Oh, wie weit hinten ich bin, ne? Ah, fucking shit. Ja, fuck you. Ich kämpfe mich wieder durch den Spawn und komme gar nie... Greg, Alter. Oh, Autosniperbixer, Junge. Hä? Noch nicht tot? Nee. Aber du. Ja, Alter. Das ist geil. Warum mich? Nein! Nein, nein, nein. Nein! Halt die Fresse! Halt die Fresse! Nö, halt da immer die Fresse! Du hast doch zu mir gesagt, du Idiot! Halt die Fresse, Fresse! Alter, es ist nicht euer Ernst. Wann ist der eine wegkommt, der nächste hinterher. Lol. Tobi, ich hab mir sehr wenig aufgefallen. Das ist ja Pika und ich hab. Schick mein Piks. Nein! Ah, fuck you. Boah, muss ich ja wieder auf den Desktop gehen? Hehehe. Ich kann noch kurz... Boah! Steht da da? Nein, Gott, Junge! Was ist denn? Hab ich ja grad... Ein bisschen zu hektisch. Nein! Lass mich in Ruhe! hab dann jetzt wie soll ich denn mit dieser knarre hast du wenigstens treffer abgekriegt ich hab schon das messer ich komm halt nicht durch ich hab drei ap jeder seite so wie du es am liebsten magst ja ganz schön pervers ich hab nur noch ein paar Kilometer gebraucht nein nein wo ist denn der scheiß sprichbutton ist ja ok hör auf mich zu mobben mann der link wurde schon weg entfernt der link wurde ein fernsterdreck der link wurde ein fernsterdreck entferne ich auch gleich mal oh nein save was wieder oder was sag mal wo ist hier das sprichbutton du musst in einstellung gucken wo hast du ihn failort ich hab's auf alt danke drück mal alt ob du reden kannst alt drück mal alter sack dann hasch es drück mal alter sack jonge jetzt hasch es das war nicht nett das kann jetzt nicht sein malium soll helfen lass dich da alle von demselben abschlag gehen bläht bläht zucker zucker ach tobi du mafa was tänzelst du denn da von links nach rechts stirb wir mann oder ich mach das halt jetzt jetzt der ist die vor und dann ich glaube auch nur du mein Freund Junge ich mach einen Kill und werde sofort immer so E-Frag Alter, das ist ja auch Oh, Muni leer, nicht gut Die haben alle immer die passenderen Knarren, ne? Ja Ja, Mannen We can Ja, danke Thank you, mein Bruder Junge, spawnt Ja, kommst du an Alle ihm spawnt No Greg, Alter Unfa-ne, fail oder was? Ja, easy 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 Er trifft mich mit der Pumpe auf die Entfernung besser als... ja, alles klar Man, shut up, go away and fuck yourself Motherfuckin Oh, leckes du, Mann, du gehst mir auf die Eier, du Pisser So easy Shut the fuck up, Idiot You are an idiot You are an idiot Mord Ja, komm schon, Alter, come shot, Yuma Ja, komm schon, Alter, come shot, Yuma I play A-VP now A-VP now A-VP now A-VP now A-VP now Ja, Mann, A-VP, fuck, Holger So, eine kleine Bushi, Mann You suck You suck You suck, fucking idiot There you go A-VP now A-VP now Ja, Mann, das ist doch abnormal, Alter Potsenpixer Oh, you killed behind Oh, you saved me Pff, killed 3, Alter Ich taue nicht mehr, Mann Lol Toll Durch die Mauer kann man durchfangen Yeah, yeah, you cheated, kid Oh, komm Oh, komm OCH, komm Alter jetzt, Alter, die kommen mal überall Wir stehen da zu 2 drauf Ja, komm, Alter, die kommen mal überall ganz schön, rotzig Ja, genau, alles klar Ja, jetzt du Legacy-Bastard, Junge! No! Du sagst Pusses! Der Scheisshaut flüttet von der Katzen! Ja, 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 ja! Oh, das ist shit, Pistole! Sehr shit! Ja, fuck you! Fuck you! Boah! Jaaaa! Ich komm irgendwie bei der Arbeit, ich warte, Alter! What the fuck, man? What the fuck? Alter, ist nicht dein Ernst, Mann! Fuck you! Nein, ich bin klar, das nicht! 74, nein! Oh no!